Insekten sind die einzigen wirbellosen Tiere, die fliegen können. Die Flügel der Insekten haben eine besondere Struktur. Das Auftreten von Flügeln und das Erlernen des Fliegens haben es den Insekten ermöglicht, sich in Familien, Gattungen und Arten zu diversifizieren. Die Vorteile sind vielfältig. Sie können sich besser ausbreiten, um nach Nahrung oder einer günstigen Umgebung zu suchen. Sie können schneller vor Fressfeinden fliehen und sie haben eine bessere Fortpflanzungsstrategie. Heute sind fast alle Insektenarten geflügelt. Man nennt sie Pterygoten. Die Entwicklung der Flügel bei Insekten erklärt ihren unglaublichen Reichtum auf unserem Planeten. Es gibt verschiedene Theorien, die die Entstehung von Insektenflügeln erklären. Die Flügel der Insekten befinden sich zwischen dem dorsalen Teil eines Segments des Brustkorbs und dem ersten Segment der Beine.